Ja, ich bin jetzt im Kino und guck mir jetzt fast den Fugus 10 an, freu mich richtig drauf. Filmfreak Marcel, Grüße gehen raus. Ich bin immer so ein Filmfreak wie du Marcel und ich guck mir sowas halt gerne an. Golde und Raddreh haben wir ja schon mit Diesel vergleichen und ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt nicht vom Körper, nicht vom Gesicht und von Bewegungen, dass es mir ähnlich ist. Aber wenn mir das halt auch, wenn andere mich vergleichen und mir halt das Lebensglück gibt, dass ich mich da ein bisschen drin selber sehe, auf dem Charakter, dann ist alles in Ordnung, das muss ich halt nicht mal anders stören. Ich freue mich voll auf den Film. Ich mache jetzt auch gleich aus und ob Netflix oder Kino oder Filmsammler als DVD oder Bure, ich bin Filmfan und es bleibe so wie du Marcel. Also, du musst jetzt.